Ich habe immer geglaubt, dass diese Baring'sche Welt, unsere Welt, aus der ich stamme, untergegangen war, als ihre Repräsentanten starrten. Mein Großvater und mein Vater, als wir die Güter verkauften und nach Berlin zogen. Meine Mutter war keine Baring, sondern eine Eif. Ich war ihr nachgeraten. Mein Bruder Archie aber ist ein Baring. Deshalb wurde er in Irland erzogen, während ich in Berlin aufwuchs. Heute habe ich das Gefühl, dass alles ein Vorgriff war. Ich habe den Untergang unserer Welt vorweggenommen, weil ich sie nicht mehr für wert hielt. Aber das war ein Irrtum. Jetzt erst, nach diesem Kriege, löst sie sich auf. Und indem sie sich auflöst, merke ich, wie sehr ich noch ein Teil von ihr war, wenn auch ein Schwacher. Denn ich glaube, mir galten die Tradition und die Formen unserer Welt nur deshalb nichts, weil ich nicht imstande war, sie zu füllen. Besetzt? Komm da zu dem, der sitzt ja alleine. Dem Ekeln war weg. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon. Vielen Dank.